Wir schauen uns einmal zwei verschiedene Richtungen mit alternativen Antriebstechnologien an. Das eine sind natürlich batteriebetriebene LKW, da muss man schauen, was sich am Markt tut. Das andere ist natürlich Wasserstofftechnologie und Wasserstoff-LKW. Das Fahrzeug ist bei uns momentan einmal in der Schweiz von Alten rein ausgehend in Verwendung, dort Abholungen in Zustellung zu machen. Also ganz normal wie jedes andere Verteil- oder Nahverkehrsfahrzeug, das wir bei Gebrüder Weiß im Einsatz haben. Also das ist ehrlich gesagt kein Vergleich zum Dieselfahrzeug. Also überhaupt vom Fahrverhalten her ist es tipptopp. Das macht richtig Spaß einfach. Wir sind eigentlich da voll und ganz überzeugt davon worden, dass dieses Fahrzeug eine extrem gute Alternative zum Diesel-LKW ist. Besonders gefällt mir eigentlich das Fahrverhalten und die Fahrdynamik. Also rückblickend kann man sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war, so ein Fahrzeug in den Fuhrpark aufzunehmen.